Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mensch Leute, wo seid ihr denn? Ich kann euch gar nicht sehen! Hallo, Glückwunsch! Hey! Ihr auch hier? Hallo, YouTube! Ja, wir sind jetzt heute hier auf Wolke 7 praktisch. Und ja, ich suche hier ganze Zeit nach Klicks und finde irgendwie keine. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Vielleicht habt ihr noch ein paar Klicks für mich übrig. Wow! Ich suche mal weiter! Tschüss! Glückwunsch! So meine lieben Leute, ich dachte mir, ich nehme heute mal ein Entspannungsbad. Und ja, ich muss dazu sagen, ich mag das jetzt nicht so gern, wenn es zu viel Schaum beim Baden ist. Also lieber dezenter, so wie ich es jetzt hier in der Wanne habe. Weil so kann man dann wenigstens auch noch vernünftig was sehen und vernünftig baden. Ähm... Wui! Wuhu! Es schneit! Guckt euch das an! Ist doch der Wahnsinn! Gut, einatmen sollte man Wolke 7 nicht. Ich muss mal ein bisschen Wasser raus machen, weil es ertrinke ich hier drin. Aber macht euch keinen Kopf! Ja, ähm... Wie gesagt, also ihr seht ja auch, wie ich aussehe im Gesicht, ne? Und ich dachte mir, es ist jetzt mal wirklich an der Zeit, ein Bad zu mir zu nehmen, damit ich das aus dem Gesicht wieder abkriege. Ja, ich habe mich so geschminkt, wie man sich nicht schminken sollte. Und das muss ich jetzt abschminkeln. Ich kann mich grad irgendwie gar nicht bewegen, weil ich lass grad warmes Wasser nach. Und ihr kennt doch das Gefühl, wenn man in die Wanne warmes Wasser nachlässt und dann ist das so... Ja, so eben. Äh, jetzt muss ich mal irgendwie ein Loch finden, dass ich an die Abschminktücher komme. Hello! Oha! Ich bin schon grad unbedingt so ein Abschminktuch, weil, äh, das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Das ist doch wirklich schrecklich. So, lass mich mal hier durch, meine Lieben. Ach, meine drei, klein. Hier, guck dir mal. Eiberhard, Dottie und Charly. Och Gott! Charly, was ist los? Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ja? Ja, gerade mit der schöne Musikerhintergrund. Ja, ich find's auch total entspannt. Und du? Äh, Moment. Charly, Eiberhard, Dottie? Dottie, Eiberhard, Charly? Wer war jetzt wer? Ich bin Dottie! Hey Dottie! Hey Dottie! Ne, du bist ja ganz süß. Ach Gott, guck mal her. Dein Gesicht ist ja ganz schmutzig. Oh. Ja, ja, ja! Party, Party, Party! Wuhu! Hey, yeah! Party! Lass uns drei Party machen! Ich hab'n Dachschaden, ich weiß. Aber irgendwie musste ich das gerade rauslassen. Weil... Irgendwie seh'n so lebendig aus. Hallo? Nun rück doch mal! Mach doch mal Platz! Ey, mach dich nicht so eng, Mann! Ich will ja auch noch mithin! Außerdem muss ich mich abschminkeln. Das kennt ihr ja nicht. Ihr seid alle Schneeball. Hallo? Ich hab' mich total beobachtet von euch. Nee, jetzt haben wir ehrlich für mich wirklich beobachtet. Naja, auf jeden Fall, ähm... Wollte ich euch nur sagen, dass... Abschminken, was ganz wichtiges ist... Immer und immer wieder... Wirklich, ich würd's euch am liebsten immer und immer wieder sagen. Weil's auch wirklich einfach so ist. Also... Es gibt Leute, die schminken sich nicht gerne ab. Ähm... Was ich nun auch, ähm... Verstehen kann. Also... Abschminken ist jetzt ja... Und wenn du... Kommt da noch jemand, oder was? Hey, wer bist du denn? Hey, ich bin die Inge! Hey Inge, was ist los? Hallo, ich bin neu hier! Oh! Hey YouTube! Wie geht's euch? Uh! Inge, geh mal runter jetzt! Oh! Muss ich da wieder gehen? Ja, du musst gehen! Äh! So! Jetzt kommt mal hier! Ja, ey! Kommt mal alle! Ran in den Furcht! Ich hab gar keinen Platz mehr hier in der Wanne, wie ihr seht! Ja! Ähm! Oh! Es ist so schön! Es ist so schön! Es ist einfach so schön! Oh! Quatsch! Muss ich mal kurz entschreien! Oh! Es ist ein Traum! Es ist wirklich ein Traum! Puppen! Puppen! Okay! Ähm! Es ist mit den Puppen! Oh! Ha! Ha! Wuhu! Ha! Ha! Guck mal, wer da so rumschwebt! Oh mein Gott! Hey! Das finde ich jetzt gruselig, ne? Seht ihr den auch schweben? Ah! Er greift mich an! Wuhu! Hey! Was machst du denn? Ich häng hier so ab, Mann! Komm zu mir zurück! Komm her, mein Kleiner! Wir gehen kuscheln! Wuhu! Oh Gott! Ach! Ja! Das kann man dann auch... Ich kontrolliere im Bad! Mit der Badewanne meine ich! Es ist so schlimm, wenn man niesen muss, oder? Fliegt der ganze Kopf immer weg! Außerdem muss ich mehr... Und das ist das Geile an der eigenen Wohnung, wo die kann nicht meckern, ne? Früher wurde immer gemeckert, wenn ich das gemacht habe! Aber hier kann ja keiner meckern! Außer, dass ich mich nachher aufrege! Wuhu! Schneid! So, Leute! Wie ihr seht, ich hab Spaß in der Wanne! Und, äh... Ich muss mich jetzt auch noch so ein bisschen waschen! Ansonsten komm ich hier gar nicht voran! Und, ähm... Ja! Dann, äh... Würde ich sagen... Macht's gut! Schaltet ein! Denkt dran! Ich hab die Klicks gesucht! Ja! Und, äh... Ja! Schaltet ein! Bleibt dran! Und, äh... Ich versuch's natürlich, äh... Wie immer spannend zu machen! Und mir irgendwelche neuen Sachen auszudenken! Ich muss unter anderem auch meinen Balkon, ähm... Umtopfen! Also nicht meinen Balkon, sondern, ähm... Die... Äh... Blumen! Bei mir! Muss ich aber auf dem Balkon... Pff! Ja! Äh... Auf dem Balkon muss ich die auf jeden Fall... Umtopfen! Okay! Ich liebe euch!